Es war ein guter Spiel, ich denke, Zag hat es gut gemacht, aber wegen der zweiten Hälfte wir gewinnen, wir scoren gut, wir hatten ein paar Chancen und am Ende war es ein guter Spiel für uns, ein guter Result. Sie haben den Dänamok-Saal gespielt. Ja, sie haben gut gespielt, es ist ein junger Team, sie haben gut zusammen gespielt und ich denke, das ist ein guter Team für die Zukunft. Dänamok hat sehr, sehr gut gespielt, vor allem in der ersten Halbzeit, hatten wir ein bisschen Probleme, mussten unser Spiel dann auch ein bisschen umstellen und dann haben wir aber im Endeffekt verdient gewonnen.